Musik Was geht ihr kleinen Schnittchen? Ja, moin moin. Neues Let's Play. Resident Evil 6 würde ich sagen. Fett Koop am Start. Einmal ich. Und der Tim. Ja, wir werden euch hier, äh, ja, wie werden wir das machen? Ich denke mal, wir machen erstmal die Story von Leon fertig und dann mal weitersehen, äh, wie wir das machen. Wir gehen auf jeden Fall die Reihe durch. Das heißt, äh, Leon zuerst, Ada zuletzt und, äh, jetzt kommt das Intro, deswegen halte ich mal kurz mal im Maul. Ja. Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. All Nationen zusammen hier tragen. Sie wissen, was die Wahrheit ans Licht zu bringen. Sie werden alles, um die Fakten offen zu legen, verursacht auch, dass wir das Zeichen von Korken zu bringen. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig, wie auf jeden Fall. Bleiben Sie, wo Sie sind. Herr Präsident! Zwingen Sie mich nicht. Herr Präsident! Das ist alles meine Scheiße. Ich, ich hab das getan. Was meinen Sie damit? Was meinen Sie damit? Die Tall-Augs-Kathedrale. Ich erkläre Ihnen alles dort, Agent Kennedy. Woher kennen Sie meinen Namen? Ja? Hannigan? Zum Glück sind Sie beide okay. Woher kennen Sie beide sich? Das ist Helena Hacker. Sie ist seit letztem Jahr beim Sieg im Service. Ich bin so erleichtert, dass es Ihnen beiden gut geht. Also, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich brauche Ihren Lagebericht. Ich hab den Präsidenten erschossen. Wie, wir waren schon infiziert, als wir ihn gefunden haben. Leon, er hatte keine andere Wahl. Er hat mein Leben gerettet. Gott, steh uns bei. Okay. Ich erstatte Bericht. Und Sie machen, dass Sie da sofort wegkommen. Der Virus hat sich schon drei Meilen über den Campus hinaus ausgebreitet und lässt sich nicht aufhalten. Beeilte dich! Zuerst müssen wir zur Tall-Augs-Kathedrale. Agent Kennedy hat da eine Spur, die uns vielleicht zeigt, wer hinter all dem steckt. Leon, ist das wahr? Ja, ich glaube, ich habe da was. Verstanden. Ich suche den sichersten Weg hinaus. Bleiben Sie auch empfangen. Ich habe eine Spur. Wenn Sie mit mir kommen, schon. So. Wenn, wenn ihr Wittes. Mhm. Ich habe gehört, ich spiele die ganze Frau. Eine Klammer. Ganz über Fett an Lötchen. Nee, heute nicht. Habt ihr voll Fall, das ist gerade unsere dritte Aufnahme, weil wir das vorher zweimal verkackt haben. Es tut mir leid. Adam. Was ist das Besondere an dieser Kirche? Wollen Sie ein paar Sünden beichten? Es ist kompliziert. So. Wenn ich es nicht in der Kathedrale erzähle, glauben Sie mir nicht. Der weiße Präsident, statt Obama. Einfach den selben, den selben Joke nochmal bringen. Kann man hier die Kino? Ja, bestimmt als mit Escape, die ganze Zeit Escape. Oh ja, oh ja. Ich hätte die Wecken auf das müssen. Na, okay, lass mal sagen. Ja, genau, Tee, Teebeck ihn als Frau mit keinen Eiern, genau. Mit deinen fetten Eiern stecken, weißt du? Ich habe keine vollen Xenie, Digga. Sie werden ja alles sehen, wenn wir bei der Kathedrale sind. Ich hoffe, es ist eine Aufnahme nicht allzu dunkel. Hier konnte ich was anklicken. Ja, geht nicht. Jo, geht nicht. Ja, scheiße, Warten. Geh da hinten lang. Bechtfärer. Das ist das Zeichen. Kann man in den Räumen oder so? Nee, kann man gar nicht. Scheiße. Das ist schon wieder so gestimmt. Ja, alles dunkel. Die Bodendinger klatschen. Die Glocken von Amtsleuten, hier kommt um gleich wieder irgendein Scheißviel, das ist jetzt schon. Oh, komm, ich kann Fußballspielleiter. Ich will Fußball. Amarsch, komm jetzt, ich will Fußball. Komm jetzt an die Türleficker. Okay, ich bin schon da. Das ist die andere Seite. Wenn Sie ansehen, zielen Sie am besten auf den Kopf. Verstanden. Oh, mach mal. Jo, hier war keiner. Hey, hier ist es auch ein Anfang, stimmt. Das sieht aus wie bei Harry Potter, das DIN serviert worden. Habt das überleben? Das scheiß Saal da oder was? Ja. Ich hoffe es. So, dann würde ich an dieser Stelle gerne mal eine Ankündigung machen im Namen unseres Kanals. Und zwar werde ich, also wir werden ja generell alle auch, jeder ein einzelnes Let's Play starten. Und bei MF wird es bald anfangen. In Kürze wird es folgen. Es kam jetzt seit den beiden Minecraft Battles ein bisschen, also war eine klitz, kleine Pause, war ja nicht allzu lang, aber war über eine Woche weg. Vielleicht waren es zwei, kam keine Videos und ja, auf jeden Fall, wenn jetzt wieder welche kommen und ich werde jetzt als erstes Singleplayer, das Samo macht, nur eigentlich alleine werde ich Dead Play spielen, was den Kürze folgen kommt, also Dead Play 1, ich werde wirklich an Dead Space 1, aber erst mal Dead Space 1, ich werde jetzt schon überlegt, was du? Ich werde jetzt schon überlegt, was du? 4 Let's Playen und freue mich natürlich auch auf den fünften Teil, den ich mir auch holen werde. Oh ja, oh ja. Aber auch 4 will ich auch nochmal so ein paar Leute ummorgen. Oder war jemand, du? Die holen die Sniper raus. Ich werde jetzt heraus. Gehen wir. Ich werde mit der Steuerung hinzulegen. Jetzt kommen wir eigentlich auf Sprinten. Kommt mir immer schneller. Kommt mir immer schneller. Bama. Kommt mir wieder in den Kampf. Kommt mir wieder. Kommt mir wieder. Kommt mir wieder. Kommt. Kommt mir wieder. Kommt mir wieder. Kommt mir wieder an. Kommt mir wieder. Kommt mir wieder. Kommt mir wieder. Das ist der Linkssinn. Zu der Tür. Justlanz virtual ist mein Zweck mit Großartige Muelle. Die Schupp sich jetzt auf den Ball. Meine Mutter ist nett. sie da war die Gäste sie sind die Weg eine Munition Leuchte dass die ständigen und das war der Schatten eine Mülltonne Euro der Grundstück ist wichtig kann ich hier umgegeben die Tülle Ehe warum haben die mir die Decke geklaut meine Decke ist nicht mehr in der Mildtonne Romer hat Jungen und trotzdem Schüsse und er wusste jemand oder aber zum Arzt gehen ich denke man ist bereit los im Euro jetzt kommt ich meine Katzen übrigens wenn es kein aufgefallen ist ja nicht ich habe auch Prozent Herr Koma ich glaube den Präsidenten verwechselt der eigentlich bereit Liz meine Tochter sie ist ganz allein wenn wir nichts tun ok verstanden sie können ihr nur helfen wenn sie leise sind haben sie kapiert ist das ihre Tochter gut suchen wir sie Leon wir haben keine Zeit wir nehmen uns die Zeit nach ihr mögen Gott und bis zu feiern bis zum er sagt meine Tochter und erfragte ich hätte sie wieder doch gar denn da die letzten Torsten ist auf dem System sein der Alte ist was war das eben he gehen Lohr aber auch das was im ersten die Pankern in der Hand das kann ein lang gelaufen das war der Typ das war der er hat sich der Nägel und die die Summe vor am Arsch n die kann ein dass mich vor Herr Schuss wo er ist kaputt sich nicht mehr als die zwei hier es sind Quai auf vier Stimmungen Lösch reichen aber dann Blitz der Lichteffekte so muss sein Junge hast du eigentlich auch den Film dazu geguckt Resident Evil Nia mehr als die meisten ich habe er war ein paar haben von Paaren Kritikern noch nicht nur also was YouTube Kritikern sind Fabrik und 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 heilig wird ein paar Sachen an Prozent immer wieder paar sachen wenn wohl verschieden YouTubern anderen großen haben die immer wieder oder auch bei Resident Evil ist das so eine Sache die älteren Filme die waren ziemlich geil weil sie ich faszinierende Spiele aber die Neueren waren eigentlich ziemlich Kraft weil die mehr Action dass ich sie bekommen sind mehr zu der regulären Resident Evil rein die passen wird also ich kann sich sagen ich habe die Film nicht gesehen nur bis durch den Verzögen ein paar mal irgendwie zehn Minuten oder so gesehen aber ich hab den letzten Jahr und ganz gesehen aufs Kreis neulich ist aber ich hab den ersten Jahr gesehen einmal am Anfang wo das Virus ist ausbricht in dem in den Fabrik er hat auch in dem Labor Fabrik der Bogen Barmherrungen hier ist der Präsidentin der Alta die ist der er ist der der Mane er zieht sich auf dem Schloss der Kump eine Ballastetierung weil wir müssen die Treppe hoch am Arsch ich hab doch eben nur probiert das ein Dabas hat für der Witter und die Gäste zu kommen das wird jetzt ein von den Däden ich nehme schon mal die Bank und eine Tochter findet Halt auf den Eindruck was sie es sein dieses kurz vor und hier in der Däden zu tun sie beide seine Tochter findet die ab dann sagt er meine Tochter und dann im letzten eine Sekunde nach voll hollywood-matchmäßig geht er ab und dann müssen wir da wegballern und dann kommt eine tragische dramatische Szene und dann ist alles wieder jett. Ist deine Taschenabit aus? Wir brauchen den Aufzug, um da hinzukommen. Tja. Ich arbeite hier. Ich habe die Schlüssel dafür. Wenn wir da sind, nehmen wir mein Auto. Danke. Suchen wir ihre Tochter und verschwinden von hier. Ja, das wäre gut, ne? Liz? Liz, bist du das? Hörst du das Klavierspiel? Ja, Mann. Oh, ja, Mann. Ich wollte mir den Raum aufmachen mit den Klavierspielern, die endlich muss, muss mal eins kommen, oder? War mir halt. Ja, guck das blutiger Handabdruck an. Halt drauf, wieder. Halt drauf. Jetzt da mal schon, ich muss es auch. Die Soundeffekte sind schon mal gut gemacht. Es muss auch kommen, es auch kommen. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Jetzt spielt das Schietchen. Ja, wir sind genau das die beste Taktigkeit, die ist einfach schießen. und schließen alte Gericht dreht ihr ins Gesicht die Becken die Wutte bisher keine Ahnung ist es sie lassen sie sind schon draußen warten zu Hause auf uns die Welt meine meine Tustiert für die grüne Sparen die Runders so muss man geteilt es ist erst sehr genau du guckst nicht auf die Metzlärer Kursen und die Ländlern im Ländlern natürlich auch wenn es mit dem Laufen ist hier zu den Zeltzeichen Robert Ewa gab es was zu essen und Donuts und der erste Prozess ich komm ist davon hoffentlich funktioniert er noch ein bisschen ich werde im Aufzug mutiert werden wenn wir nicht raus können haben wir hier hat die Hose geschissen Goppa dies kann ich war nicht da unten für die blut ist nicht mehr ganz texturen fehler das schatten das ist es die Pisse sein und er ist ein alle jünger ja ich hab da hinten sie hier waren die Fortschritte in Form an der Blockiert von der Akschmer der Läuers zu diskutieren bei einem Lied im Ausdruck so stimmt nach kommen bitte mit der Landung langweilig hier alles andere als der Sprechstur ist ein als Anweser der Sprechstur der Sprechstur wenn du denkst da kommt was da kommt auch was dann kann sich trotzdem ein mit dem Spiel der Zeit kommt was uns kommt als nix wenn man nur nicht dran denkt kommt was ja genau genau damit die ganze Dinge ist nicht jetzt nicht die Habe jetzt sie sind wir sind fast gut die Augen die Augen waren so krass klug es sind jetzt geht es hier jetzt geht ihr also die Habe sind schon schlecht es weiß die eine Sprechstur 30 ich möchte ich jetzt so Haare weiter alles gelangt es gibt kein Haar ab alle jetzt bis es jetzt wird die Türen flackert das Licht zu haben das Thema umbringen bevor er hier noch auch bäh genau ich habe die ganzen Teppich voll du Schwein ne he he schwein der arme Teppich hat dir auch nichts getan sie ist schon tot schießt sie aber aber scheiß ich hab's versaut ich habe kein Rücken geschossen okay das wird die Welt die um müssen sie entweder sie oder wir und sie fackeln nicht lange er musste ab der Verhältnisse jetzt er kommt es weiter wollen wir noch bald auch so muss es sein ich glaube wir sind hier drin nicht allein aber es ist nicht mehr Blitz du Euro als das aber eine nette Begrüßung weil er sich in die Bomber nehmen heute will ich hab den Typ will ich Ok, dann lass mir den. Ach, das ist mein Mensch. Ich muss die abhalten. Ich hab keine Muni mehr. Ok. Ey, geh doch mal weg. Ey, ey. Na mach, steig, gib ihn. Nicht auf der Ende. Ja. Das haben wir auch hier. Das leidet mehr als Ziton. Ein paar Jahre. Das ist so. 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 der Böse. Alter. Oh, fett in den Kopf zum Mann steht. Der Sitz, der fehlt. Der fehlt. Zoom auf den Kopf drauf. Auf die Rechte Kopfzeit, die Wo ich jetzt stehen. Da fehlt ein Stück wie an den Schäden. Ja, Mann. Die Göttings ist da ich gedacht, der wird tot. Ja, das ist der Bett der Garten zum Straßchen. Was ist immer klein? Ja, das ist wohl unser Signal zum Aufbruch. Oh, süß. ja das ist ein bisschen ich bin so mit der Kasse um die einfach da wo das Ding stehen VVVV jawohl so schläflich 11 Mama als es ist im Hintergrund bei die Füße Monat und so sind zu kommen die Verletzten kommt sich nicht rechtzeitig werfen wir das wird weggehen wenn die was werden wird Speck gesehen und dann so klar wie immer nicht auswieso der ist der Typ von Herr der Ringe mein Schatz und ja genau Köln Spießminger Dunkel sagen sollten auch für die Mannschaft nehmen wir haben auch ist wir hatten jetzt schon wenn wir den Bart und wir sind gleich im nächsten schaltet auch das nächste Mal wieder ein